Es ist endlich soweit, AeroZoo veröffentlicht sein erstes AeroZoo Comic Adventure. In jeder Buchhandlung und online überall erhältlich. Übrigens auch in Österreich und der Schweiz. Oh Mann, ich hab so einen richtig heftigen grünen Pickel im Gesicht. Seit wann das denn? Äh, Lars? Äh? Alter, du hast ja... Hä, du hast da irgendwas komisch... Guck mich mal an, Alter. Du hast einfach so einen Popel an der Nase. Und ich hab eine Warze im Gesicht. Hä, wo... Äh, warte mal. Was? Lars, wir sind im Hexenhaus. Und warum haben wir diese Roben an? Wir sind... Nein. Sind wir Hexen geworden, Alter? Yo, Alter. Ich hab hier Potions. Ich hab gar nichts. Oh mein Gott. Ha, was ist das denn? Ich hab so Potions in der Hand. Hä, sau nice. Aber warte mal, wo... Was ist das denn? Ich hab so Feuer in der Flasche. Erinnerst du dich da dran? Was passiert ist? Nein, Mann. Doch! Alter, warte mal. Wir wurden von dieser Hexe eingesperrt. Ja. Und zwar hier unten. Hey, das war genau hier. Das war hier, ne? Aber es sieht ein bisschen anders aus jetzt. Ja, Mann. Es sieht echt ein bisschen anders aus. Sag mal, was ist das? Hallo? Ey, Alter. Alter. Was? Mein ganzes Inventar ist voll mit diesen Potions. Ich kann dir so Liebe zuwerfen. Was hab ich denn noch? Ich hab so ein Knock-Up. Was ist das denn? Wow. Alter, ich kann zaubern. Ich hab so Zauberflaschen jetzt auf einmal. Hallo? Was ist das denn? Das ist ja richtig komisch, Mann. Ist niemand hier? Ey, ich weiß auch nicht. Ich hab auch irgendwas zum Telefon... Was? Lars. Ich kann Feuer herzaubern. Junge. Mach mal aus. Mach mal aus. Okay. Dann lass mal rausgehen, Alter. Wir müssen unbedingt hier raus, bevor diese Hexe wiederkommt. Komisch, dass keiner da ist, ne? Das war das letzte Mal, als wir hier Süßes oder Saures gemacht haben. Ja, 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 ja. Sind wir hier reingelaufen? Ich schwör's. Nein, das war die Hexe. Die hat uns mit den Süßigkeiten hier reingelockt. Die hat uns reingelockt, ne? Digga, das ist genau dieser Platz hier gewesen. Die hat uns genau hier durch die Garage... Martin, schau mal! Hä? Alter, das sind so Kinder auf diesem Spielplatz oder sowas in der Art. Ja. Oh, der eine hat volles breite Gesicht, so. Alter, so richtiges Breitgesicht. Hä? Was ist das für eine hässliche Katze? Warum beleidigen die die einfach so diese Katze, Alter? Was ist da los, ey? So richtig komisch. Guck mal, da ist auch so ein Baby auf dem Boden. Guck mal, hallo, Baby. Ist einfach alleine gelassen worden, wir. Das ist krass, ne? Naja. Ja, die sieht ja eklig aus. Lass die ein bisschen mobben. Was? Der eine hat... Die schlagen sich einfach gegenseitig. Die schlagen sich gegenseitig. Äh, Jungs, hört mal zu. Hallo. Ihr solltet vielleicht nicht diese Katze da... Ich spuck mal ein Kaugummi auf sie. Hallo. Yo, 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 yo. Hey. Hört mal auf hier, die Katze. Hallo. Ich glaube nicht, dass sie... Hallo. Guck mal hier, ich zeig dir... Lass, 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 geh weg, geh weg, geh weg. Okay, ich bleib. Oh, nee, es funktioniert nicht. Nein. Oh Gott. Es hat nicht so ganz geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Warte, Martin, kann ich die wegteleportieren? Ich muss mal gucken. Random teleport. Wupp. Ja. Es hat funktioniert. Sie haben sie kurz wegteleportiert. Was ist, Tom? Hey, guck mal hinter dir. Hey, jetzt komm. Haut mal hier ab, Alter. Wir sind Hexen. Und ihr seid hier auf einem Hexengrundstück. Was ist das ja eigentlich für ein Hexengrundstück? Ich glaube schon. Ich glaube, aber die sind von deinem Popel in der Nase abgehauen lassen. Komm her, kleine Katzi Batzi. Kleine Katzi Batzi. Die scheint wegzulaufen. Er war weggerannt von mir. Okay, heute haben wir wieder eine kleine Katze. Wohl an meinem Mundgeruch. Gerettet. Was hältst du davon, kleiner Sandkasten? Ah, ja. Okay. Der hat sogar so einen kleinen Speichelbollen, der einfach seinen Mund runtersickert. Naja. Düss. Pass auf, ich habe eine Idee, was wir machen können. Ich würde sagen, wir gehen einfach von hier. Was hältst du davon? Boien. Weiß ich nicht. Boien willst du gehen, Robert? Guck mal, das sind einfach Leute. Das sind echt Leute. Hey, Emily. Hey, Vika. Hey, Emily. Habt ihr hier zufälligerweise irgendwo eine Hexe oder sowas gesehen? Fischgang, Fischgang, frische geile Fische. Was? Frische geile Fische? Das ist doch gar nicht der richtige Text, oder? Ja, die macht Dings. Die macht, wie heißt es nochmal? Remix ist das. Fischgang, Fischgang, frische geile Fische. Ist aber echt auch ein nicer. Ist auch ein nicer Track. Ja, eigentlich schon. Frische geile Fische. Ja, was sollen wir denn machen, Alter? Jetzt sind wir Hexen. Keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Ich kann ja nicht mal Hexen. Was ist das? Darf ich nochmal kurz? Hex, Hex. Hex, Hex. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass, lass, lass. Oh. Nix passiert. Nix passiert. Okay, tut mir leid, Mann. Ich hab meine Dings-Anti-Fallschuhe an. Alter, ich kann... Mach nochmal. Liebe. Gib mir dann Liebe. Dieser Puppel in deinem Gesicht ist so ultra witzig, Alter. Oh, toll. Miss, 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 Perfekt. Ich hab auch so eine Wazel im Gesicht. Miss Wunderschön. Was ist das hier? Was ist das? Kein Zutritt. Kein Zutritt. Ey, Lars, ich würde nicht... Ich würde... Draußen bleiben. Ey, Lars, hinter dir, hinter dir. Draußen. Komm her, komm her. Oh mein Gott, ich bin bei dir. Was ist das? Haha, guck mal, was da steht. Draußen bleiben. Kein Zutritt. Jungs, ich glaub, da sollte man nicht reingehen. Wisst ihr, wie ich meine? Draußen bleiben. Kein Zutritt. Da wohnt bestimmt ein alter Opa oder so. Äh, ich glaub, das sind irgendwelche Jugendlichen oder sowas. Aber außerdem... Der eine hat aber schon einen Bart. Es scheint ein fortgeschüttender Jugendlicher zu sein. Äh, haha. Ja, Mann. Lass ihn ärgern. Äh, ja. Genau. Lass ihn mal... Nein, wobei... Was meinen die mit ärgern? Was meinen die mit ärgern? Ja, Mann, kommt. Äh, weiß nicht. Aber ich würde da gerne reingehen. Hey, Jungs. Wartet. Hey, hey, hey. Wir sind echte Hexen. Und falls ihr wollt, kann ich euch alle verzaubern. Ach, sei doch kein Spielverderber. Hä? Ah, Hexen. Ah, Hexen. Hey, Jungs, kommt mal. Woo. Lass ihn dann wieder von deinem Popel weg. Oh, Basketball. Lass, hast dir ein Basketball einfach gegönnt. Guck mal, was ich jetzt mache. Ich mache hier. Skü, skü. Einfach einen kleinen... Hey, was ist das überhaupt? Hallo? Keine Ahnung. Wow, das ist ein Uhu. Hey, Uhu. Was macht der? Uhu ist ein Kleber. Uhu-Kleber. Aber coole, coole, coole... Äh, ja, Eule. Tschüss, Eule. Wir gehen jetzt hier rein. Bis, Eule. Mach's gut. Wir gehen jetzt. Beobachtet uns richtig. Oh, ich brenne. Oh, was? Oh mein Gott, der Uhu hat sich zu mir teleportiert. Hä? Wer folgt der dich? Was ist das? Lass, ich hab ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich schwör dir, dieser Uhu guckt uns die ganze Zeit hinterher. Alter, der fliegt uns auch hinterher. Guck mal, der fliegt zu uns. Er hat zu mir gesagt, dass du stinkst. Das stimmt gar nicht. Du stinkst. Los geht's hier den Weg weiter. Was ist das? Mann, Alter, was ist das hier? Das sind so komische Pentagramm-Aufmode. Wohin gehen wir eigentlich? Ich weiß nicht, wo wir hingehen. Ich kann diesen... Ah, ich kann diesen Uhu auf Pause stellen. Oh mein Gott. Was ist das hier? Alter, Lars, bewegt sich da gerade einfach eine Blume? Was? Ja, von selbst. Alter, hast du da gerade was gehört? Ich hab in die Hose gepupst. Was ist das? Keine Ahnung. Da ist eine Tür. Hier ist einfach ein Skelett oben eingesperrt. Aber die Tür ist offen, oder? Ja, Mann. Mach mal die Tür zu, Alter. Mach mal die Tür zu. Da kommt da noch irgendwas raus. Hier Tür zu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist eine große Tür. Was ist das hier? Oh mein Gott. Hast du das... Oh mein Gott. Ich weiß nicht genau, ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade selbst nicht sicher, ob hier wirklich jemand... Wer ist da? Oh, oh. Hallo, Gabriel. Äh. Ja, wir haben nur kurz die Tür zugemacht, weil es doch so kalt ist und zieht. Wir wollten nur deine Tür zumachen. Weg mit euch. Ich verwandle euch gleich in Frösche. Äh. Oh ja, Froschhänkel. Nein, nein, nein. Ich meine, nein, nein. Das mit den Fröschen, lass das mal nicht machen. Was? Ihr seid Hexen? Äh. Naja, wir sind eigentlich Hexär. Wisst ihr? Ich bin Zauberer. Wir sind so männlich. Also nicht Hexe. Ha. Da kommt rein. Oh. Oh. Okay. Alles klar. Also, hör zu, Gabriel. Ich kann dir netter zu sein. Oh. Was ist denn das für ein Riesenmonster, was der da hat? Äh. Was ist das? Was ist das hier? Das ist mein Hühnchen Karsten. Er beißt nicht. Karsten. Oh, moin Karsten. Alles gut? Gute Karsten, hä? Äh. Du, 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 du. Guter, guter Junge, Karsten. Guter Junge. Guter Junge. Oh, okay. Er scheint, äh. Er scheint echt mit dir gut Kirschen zu essen. Ja. Wenn man ihn nicht anfasst. Oh. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Oh mein Gott. Was ist das da unten, Alter? Das ist ein Dingsstörbel. Das ist einfach so Schlangen. Und hier sind meine süßen, hungrigen Schlangen. Oh. Das fällt da nicht rein. Alter. Oh, das wär's, ey. So ein richtiger Schlangenkerker. Das sieht aus, als wenn die da unten so eine Dings machen. Breakdance Party. Breakdance Party. Machen da unten Breakdance. Machen wir wieder das Ding zu. Da kommt ihr rein, wenn ihr meine Hexentestaufgabe versagt. Was? Ah. Hexentestaufgabe. Was? Wir wollten eigentlich gar keine Hexentestaufgabe machen. Ich wollte... Ich hab... Aber anders sieht man ja, dass er eine Hexe ist an dem Popel in der Nase. Du brauchst ein Taschentuch. Und du hast ein Popel am Kinn. Okay. Hinter meinem Haus lauern Fröschen und Eidexen. Du kriegst nicht mal gebacken, deinen Popel zu essen. Ja, ist so eine Waffe. Was? Der hat gesagt, hinter meinem Haus lauern Fröschen und Eidexen. Bringt mir deren Beinchen. Wir machen daraus eine saftige magische Suppe. Was? Okay. Ja, let's go, oder? Ja, ich glaube, wir müssen hinter das Haus laufen. Pass auf, dass die laufenden Blumen nicht anleihen. Junge, diese komischen Geräusche hier, ey. Was ist das hier für ein Ort? Ein Forel. Ach, was waren das? Frösche, ne? Frösche müssen wir angreifen. Da ist ein Frosch. Frische Frösche auf dem Tisch. Das finde ich nice, ja. Frische Fröschenkel. Aua! Ich werde von irgendwas angegriffen, Mann. Junge, was ist das hier? Frische Frösche auf dem Tisch. Hast du ein Fröschenkel, Mann? Nee, aber ich reiße gerade die halbe Bude ein. Ja, ist gar nicht mal so leicht, gegen die hier zu kämpfen. Alter, wer greift mich denn hier an die ganze Zeit? Junge, mich greift hier einfach so ein Frosch die ganze Zeit an. Junge, hier sind übelst viele. Was ist das? Alter, dieser Frosch. Hey, Alter, das sind voll viele Frösche, die mich hier angreifen. Junge, der Frosch hat einfach rote Augen, ey. Ich habe richtig Angst. Boah, Alter, die Eidechse greift mich auch an. Lasst, lasst. Ah, ah. Ah, ah, was ist, was passiert hier? Oh, ich glaube, ich habe sogar ein bisschen was. Hier ist Cotton Blackberry. Ich muss hier Dings, ich muss einen Golden Apple essen, weil ich zu viel Schaden von denen bekomme. Okay, pass auf, pass auf. Ich brauche irgendeinen. Hast du schon, hast du schon so einen Frosch getötet, Mann? Ich kann die gar nicht kriegen, Mann. Die hüpfen da so richtig crazy rum. Oh mein Gott, du wirst von den Raben angegriffen, Roman. Oh Gott, ich werde echt von den Raben angegriffen. Okay, alles gut. Ich habe bisher keinen Froschchenkel gekriegt. Ich habe auch keinen Froschchenkel bekommen. Alter, was ist das für eine Hä? Ich verstehe, warum. Aber isst deine Goldäpfel, dann bist du safe. Ah doch, ich habe, 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 ich habe. Lass sie weg, Mann, lass sie weg. Warte, warte, ich kann die auch, hast du alles? Hast du auch, hast du auch einen Eidechsenfuß? Warte. Wir brauchen einen Eidechsenfuß. Nee, den habe ich nicht, glaube ich. Ich habe einen Eidechsenfuß. Curry, Curryleaf habe ich bekommen. Was ist das? Warum habe ich Curry bekommen? Warum habe ich einen Salat gekriegt aus dem Frosch? Ey, das reicht mir jetzt. Warte, lass, lass, geh weg, geh weg. Warte. Okay, ich bin weg. Ich gebe denen jetzt was, oder? Damit ich die töten kann. Ich habe so Tränke. Ich gebe denen jetzt was. So. Ich habe mega viel Stuff jetzt. Oh, jetzt habe ich mich selber gewivert. Ich habe mir einen Wiver-Effekt gegeben. Oh mein Gott, Junge. Roman, der Herr der Raben. Ah, ich brenne. Ich bin echt der Herr der Raben, gell? Ah, ich bin Vincent Raven. Ah, aber die... Sag mal deinen Raben, dass sie dich mal in Ruhe lassen sollen. Du musst arbeiten. Okay, okay, okay. Lass jetzt wieder zurück. Ich kann das nicht mehr. Diese, bevor die Raben wiederkommen. Komm an. Klopf, klopf. Dingdog. Alter, Junge, das ganze Ding wieder eingerissen. Dingdoggen. Wir sind wieder zu Hause. Hallo, Gabra? Oh mein Gott. Alter, bin ich erschrocken. Du darfst nicht einfach immer nur so reinlaufen, sonst schmeißt er dich zu den Schlangen, Mann. Na, dann bin ich gespannt, ob ihr das geschafft habt. Ja, wir haben... Wir haben die Tür rausgerissen. Ich hab hier Froschdinger. Oh, was ist hier passiert? Da ist sie wieder. Wir haben so Froschfinger. Also ich hab Froschfinger. Froschfinger? Warum sind meine schon gebraten? Deine sind schon gebraten? Vielleicht wegen den ganzen Dings. Die sind gebraten und essbereit. Warte mal. Wir können hier... Na, dann kommt mit. Wir kochen unsere Suppe. Äh, okay. Füllt den Kessel mit Wasser und wartet, bis er anfängt zu kochen. Äh, okay. Ah! Aha, okay. Und jetzt die Froschschenkel. Der kocht noch nicht. Warte. Jetzt kocht er, jetzt kocht er. Der kocht, der kocht. Kann ich da eine Zucchini reinwerfen? Ja, schmeiß einfach mal alles rein. Yo, lol. Alter, der wechselt sogar die Farbe so. Schmeiß noch mal was rein. Soll ich mal irgendwas reinschmeißen? Ja, schmeiß mal irgendwas rein. Lass mal einfach ein bisschen... ...bisschen Dings. ...bisschen... ...alles reinschmeißen. Hier eine Ananas, noch ein bisschen Baumwolle. Wow! Da ist irgendwas passiert, Mann. Hex, hex! Huh? Was ist denn jetzt passiert? Ich glaube, der hat irgendwas gemacht. Chill. Geh zurück. Ich glaube, das explodiert gleich. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Hm, das ist eine leckere... Da ist eine leckere Suppe entstanden. Oh! Hm. Tatsache! Ein Frog Leg Style Free. Oh, ich gönne mir die jetzt. Warte kurz. Hier, eine für dich, eine für mich. Njam, 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 njam. Oh, nicht schlecht. Hey, die hat echt mal... Ich bin aber, Dings, ist das vegan? Ich bin mir nicht sicher, ne? Ich bin mir auch nicht sicher, aber da sind halt Frösche drin, gell? Was seid ihr eigentlich für Hexen ohne Hexenbesen? Äh, naja. Stimmt eigentlich. Wir sind eigentlich keine Hexen. Wir sind Hexen auf Probe. Äh, wir brauchen eher ein Taschentuch statt ein Besen, ne? Für eure Hilfe schenke ich euch da was. Für unsere Popel im Gesicht. Oh. Für eure Hilfe schenke ich euch was. Kommt mit. Was ist das? Oh, Alter. Der hat hier so fliegende Besen. Der Nimbus 2000. Der Nimbus 2000. Der vordere Besen heißt Kaugubi, der hintere heißt Kartoffelbrei. Wow. Alter, ich hab einfach auch einen. Jupiter Broom. Können wir damit einfach fliegen, oder wie? Wir gehören nun euch. Oh, lol, 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 lol. Kannst du einfach so fliegen? Das ist sau nice. Alter, wir können einfach damit fliegen, gell? Äh, di, 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 di. Ich fliege einfach im Wohnzimmer. Ja! Okay, und wie kommen wir jetzt hier raus? Äh, wie kommen wir raus? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir können den einfach abbauen und einfach rausgehen. Oder, Gabriel? Danke, Gabriel. Jetzt fehlt euch nur noch ein besseres Hexen-Outfit. Ein besseres Hexen-Outfit? Wie meinst du das, Gabriel? Ich entwarte mal. Hä, was ist... Der Gabriel will uns, glaube ich, das zeigen. Wir sehen doch schon gut aus, oder nicht? Gabriel, was willst du uns zeigen? Der guckt irgendwie da hoch. Was ist das? Alter! Junge, da oben ist einfach... Zum Glück hab ich mein Teleskop dabei. Da drüben, genau vor meiner Haustür, ganz oben auf dem Hochhaus, ist ein Hexenshop. Alter, da ist einfach ein Hexenshop? Eine lässige Sache. Ein Hexenschuss-Laden. Kannst dir einen Hexenschuss zulegen. Ähm, ja, ähm, dann würde ich mal sagen, wir gehen da hin. Aber das Problem ist, Gabriel, wir haben kein Geld. Wir sind eigentlich arm, verstehst du? Die nehmen nur die verzauberte Währung an. Kauft euch da was Ordentliches. Alter, gebt uns Geld. Bitte gebt uns Geld. Oh, ja, ja, ja. Gabriel, ja. Was sind das für Riesenmünzen, Junge? Das sind Dings. Pentacle. Was sind denn Pentacle für Dinger? Keine Ahnung. Na gut, Gabriel. Äh, mach's gut. Hau rein, ne? War nett, dich kennenzulernen. Schmeißen die nächsten. Tschüss. Tschüss. Oh, tschüss. Da hat er uns die Nase vor der Tür zugeschlagen. Die Nase vor der Tür, gell? Wollen wir oben unsere Besen noch holen? Oh, lol. Ich hab meinen vergessen. Ich muss nochmal zurück. Du hast meinen vergessen. Ich hab meinen mitgenommen. Liegt nicht ohne mich. Ich flieg schon zum Hexenshop. Mal gucken, was das ist. Hier ist Dings. Kann man irgendwie das Dings aufmachen? So. Kann ich hier... Oh, warte. Ich bin schon beim Hexenshop. Ich komm jetzt auch. Ich park hier schon meinen Besen, warte. So, ich hab meinen Besen geparkt. Hey, schon cool, so ein grüner Besen. Oh, Alter. Lars, wo bist du? Warte, ich komme. Komm. Komm, du musst dich beilen. Ich bin eine lahme Schnecke. Ich seh deinen Besen gar nicht. Ah doch, da ist er. Park mal hier schnell. Guck mal, hier ist einfach so ein Typ. Ist einfach ein Esel, Mann. Was? Ist einfach ein Esel. Ich weiss, ja. Guck mal, der heißt Tarser. Oh, okay. Hallo, Tarser. Hallo. Was geht? Oh, hallo. Neue Kunden. Ja, wir sind hier das erste Mal im Hexenshop. Wir sollten uns irgendwie besser auskleiden. Schöne Hexenbesen habt ihr. Danke. Das ist der Nimbus, was war das noch? Nimbus 2000. 2000. Wir brauchen ein Outfit. Wir brauchen gute Outfits, damit wir wie Hexen aussehen. Wissen Sie? Gibt es hier was im Hexenshop so? Irgendwie was von einer guten Hexenmarke? Eine Hexengucci? Ich will auf jeden Fall eine Robe von Gucci. Oben auf dem Seitenstock gibt es coole Hexensachen. Vielleicht wäre da was für euch dabei. Alles klar, dann lass mal gucken. Junge, da ist einfach so ein verzaubertes Schwein. Bei mir könnt ihr später bezahlen. Das bist du, Alter. Guck mal, das geht ab, kleines Schweine. Boah, gibt es hier schöne Sachen zu kaufen? Du sagst es. Alter. Wow. Lass, komm mal runter. Komm mal runter. Was? Was? Ich bin bei dir. Yo, guck mal. Was ist? Das brauchen wir. Bin man da dran? Nee, Mann, wir kommen da nicht dran. Wir kommen da nicht dran, ne? Wir kommen da nicht dran, wir kommen da nicht dran. Alter, Leute. So nah, aber doch zu fern. Wir müssen unbedingt mal eine Folge drehen mit diesem Anzug. Falls ihr diesen Anzug mal in einer Folge sehen wollt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir würden das voll gerne machen, aber wir kommen da einfach nicht dran. Oh mein Gott, was? Guck mal, was hier oben ist. Was ist oben? Komm mal hoch, komm mal hoch, komm mal hoch. Wow. Hier sind so, hier sind so Robin. Alter, hier kann man sich so richtig einkleiden. Yo, Alter, das ist was für uns, oder? Oder was gibt es noch für Anzüge? Okay, äh, nee, äh, was ist das hier? Nee, das ist so Ritterrüstung. Nee, wir brauchen diese Roben, Mann. Ich sag's dir. Oh, ich aussehe. Sieht aus wie so eine Oma. Du brauchst einen Fuchtschwerge, damit du ein bisschen größer wirst. Okay, ich zieh mal meine Robe an. Man sieht einfach nur meinen grünen Popel. Ich meine natürlich meinen, äh, Mist. Wie? Guck mal, wie ich aussehe. Sieht wirklich aus wie ein richtig... Alter, das sieht nice aus wie so ein richtiger Magier. Ich seh einfach nur dumm aus. Du siehst echt... Du siehst so aus, als ob du keinen Hals mehr hast. Ja, stimmt. Ich hab einfach keinen Hals. Ja. Warte, ich glaube, wir müssen mal der Frau hier bezahlen, oder? Entschuldigen Sie, gute Dame, mit tanzen der Nase. Also wir sind auf jeden Fall zufrieden. Und bezahlen. Ich mach hier gerade die Buchhaltung. Oh, gut. Okay. Mache sie's gut, Hexe. Tschüssi. Äh, dann müssen wir runtergehen. Wo geht's nochmal nach unten, hier? Ich hab die Pentacles bekommen. Ich hab die Pentacles in der Tash und kann uns das jetzt kaufen. Gut siehst du aus, Lars. Du siehst aus wie ein guter, junger Mann. Du siehst auch wie ein frischer, junger, dynamischer, erfolgloser junger Mann. Sklapp, Taser. Na, ihr seid ja fröhliche Hexen. Ja, da siehst du mal, wie das hier aussieht. Wir sind, äh... Ich hab so einen dicken Popel schon den ganzen Tag in meiner Nase. Ja, wissen Sie, wir brauchen ein Taschentuch vielleicht. Das Outfit steht euch gut. Ja, dann sag mal an, bevor du uns hier die ganze Zeit vollquattelst, wie viel Geld wir zu haben, mein guter. 53 Pentacles? Oh mein Gott, Alter. Was? Wir müssen fast unser ganzes Geld ausgeben. Wir haben 64 Stück. Wie viel ist denn das? Wie ist denn der Wechselkurs in Euro? 2 Milliarden Euro, glaube ich. In Hexen. Wie ist denn der Wechsel? Wie lange steht... Wie steht denn der Wechselkurs in Euro? Wie steht der Wechsel? Danke für euren Einkauf. Kommt wieder vorbei. Was gibt's hier eigentlich noch? Irgendwie gibt's einfach so einen Wolf. Was macht der? Wo ist hier die Unterwäsche? Alter, dieser Wolf hat einfach keine Schultern. Der hat gar keine Dings. Dem fehlt einfach so ein Stück, gell? Ja, kann auch nichts machen. Na gut, der sucht die Unterwäsche. Gut, dann lassen wir auf den Nimbus steigen. Ja gut, was machen wir jetzt? Also ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal gut ausgerüstet. Ja, jetzt sind wir Hexen, Alter. Jetzt müssen wir doch in den Wald, oder? Hexen sind doch immer im Wald. Hexen leben im Wald. Hexen leben im Wald und leben im Wald. Hexen leben im Knusperhaus. Wir brauchen jetzt unser eigenes Knusperhaus. Wo muss man hinfliegen, um ein eigenes Knusperhaus zu bekommen, Lars? In Richtung Norden, oder? Immer Richtung Norden. Das ist immer die Antwort. Immer der Nase nach. Oh lol, hier ist ein cooler Bereich, wo man leben kann. Alter, da sind Hexentürme. Du bist selbst ein Hexenturm. Du bist ein Hexenturm. Hey, sag nichts, was du dich zurücknehmen kannst. Alter, da ist ein riesiges Monster. Oh mein Gott, ich dreh wieder um. Und tschüss. Oh mein Gott, ich kann hier nicht wegfliegen. Hier sind allgemein voll die riesigen Ritter. Was ist das denn? Interessanter ist, dass da sogar eine Dings, eine andere Hexe ist. Komm, lass mal eine andere Hexe kennenlernen. Lass mal Hallo sagen. Mahalo. Oh mein Gott. Guten Tag, werte Hexe. Mahalo, gell. Mahalo. Wir müssen sagen, guten Tag. Vielen Dank. Ich bin richtig nah an der dran, gell? Für die Blumen. Vielen Dank. Hallo. Und wie geht's? Ei! Sagt sie. Okay. Bin mir nicht sicher. Wo? Oh mein Gott. Oh oh. Das Monster schreit, Lars. Ich würde nicht ganz nah dran gehen an die Frau. Okay. Du scheißt ja richtig. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Roman, warum bist du so weit weg? Komm doch hier an den Weg. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich trau der Hexe noch nicht so ganz. Slater, mein Kleiner. Was ist los? Ähm. Ähm. Oh, ich sehe da zwei Hexen. Ich glaube, die ist ein bisschen verwirrt. Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher, Lars. Also, die Irrenanstalt ist in diese Richtung. Vielen Dank. Ich bin Frosa, die Eishexe. Wer seid ihr? Also, ich bin Roman und das ist Lars. Äh. Ja, genau. Nein. Andersrum. Aber, äh. Hören Sie zu. Äh. Wir wollten Sie gar nicht so lange stören. Du Skeletthexe, komm mal in mein Haus rein. Sofort. Das hier ist ein Haus? Wirklich? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man so einer Eishexe so einfach so trauen sollte. Weißt du? Aber das hier ist doch kein Haus. Hexen sind... Ich schenke dir eine Hexenfähigkeit. Oh. Was? Guck mal, ich bin die... Oh. Hexen. Lars? Alter, die hat dich eingefroren. Äh. Ich hasse fremde Hexen. Oh nein. Lars? Lars? Ich dich verhexe. Ich auch gleich. Oh, oh. Okay. Jetzt muss ich aufpassen. Ähm. Oh, oh. Ich hab irgendwie das böse Gefühl, dass Lars gerade in die Fänge von einer bösen Hexe gekommen ist. Und... Oh, oh. Jetzt haben wir Schrott gebaut. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Ich glaub, ich geh zu Gabriel. Ich glaub, Gabriel kann mir helfen. Der hat uns doch auch vorhin schon geholfen. Ich glaub, der ist doch Dings... Alter Hexenmeister, der versteht von solchen Sachen was. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gabriel, Gabriel, du musst mir helfen. Gabriel? Bist du da? Gabriel? Ich muss jetzt unbedingt dringend bei Gabriel klingeln. Gabriel? Hä? Was ist das denn? Hä? Da ist ein Dämon gespawnt. Was? Gabriel? Äh, Gabriel? Hör mal zu. Ich möchte dich nicht ärgern oder sowas. Alter, da ist einfach ein riesiger fetter Dämon, der aussieht wie ein Teufel einfach. Äh, Gabriel, hör mal zu. Ich brauch deine Hilfe. Aber anscheinend brauchst du auch meine. Ey, du junge Hexe, diese Kreaturen verunstalten meinen Garten. Was? Ich hab grad gar keine Zeit, gegen den Teufel zu kämpfen. Mein Kumpel wurde eingefroren. Ähm, hören Sie zu. Okay, Gabriel, ich helfe dir. Okay, ich versuch das irgendwie hinzubekommen. Ich pack hier kurz meinen Besen. Okay, ich guck mal, wie ich das machen kann. Ich hab's da noch nie... Du kommst rechtzeitig, helft mir. Okay, der tötet hier alles. Okay, wie kann ich ihn am besten angreifen? Ähm, ich nehme am besten eine Liebespotion und einen Random-Negativ-Effekt. Okay, ich schmeiß jetzt irgendwas auf ihn drauf. Ich schmeiß ihn erstmal hoch. So. Und dann hab ich ihn erstmal hochgeschmissen. Dann schmeiß ich da erstmal eine Potion... Oh nein, eine Wither-Potion drauf. Okay, ich hab ne Idee, was ich vielleicht machen kann. Du mieser... Du mieser Teufel. Geh von meinem Dings weg. Und... Oh! Es hat funktioniert. Ich hab ihn einfach wegteleportiert. Mit einer Teleportationsflasche. Damit scheinen wir jetzt erstmal fürs Erste sicher zu sein. Okay. Ich hab ihn jetzt einfach versucht mal anzuzünden und so. Und es hat funktioniert. Oh Mann. Okay. Äh, Gabriel? Gabriel? Hi, bist du da? Ich brauch deine Hilfe... Oh, hi. Hey, ähm, hör zu. Oh, wieso wächst du mich? Gabriel, ich hab dich grad eben vor dem Teufel beschützt, der vor deinem Garten gewütet hat. Ähm, ich brauch deine Hilfe. Mein Kumpel wurde eingefroren von der Eishexe Frosa. Ach, mein Garten sieht wieder hübsch aus. Danke dir. Äh, ja. Er sieht hübsch aus. Ähm, hör zu. Mein Kumpel Lars. Er ist eingefroren. Komplett. Also in Eis. Verstehst du, wie ich meine, Gabriel? Und der steckt da drin. Und dementsprechend brauche ich Hilfe. Dein Kumpel braucht Hilfe? Exakt. Und, ähm, ich hab ehrlich gesagt Angst gegen eine andere Hexe anzutreten. Weil die hat nämlich Eiskräfte. Und ich hab eigentlich nur so langweilige Tränke. Ähm, ach, die Eishexe. Einen Moment. Ich habe da was. Äh, ich jetzt? Hast du wirklich was? Bitte hol mir irgendwas aus deinem besonderen Schrank raus. Du kannst mir auch deinen Hund ausleihen, wenn du willst. Ich schick dann meinen, deinen Hund auf sie. Weißt du, wie ich meine? Das wär vielleicht die beste Idee. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, Gabriel? Ralf? Kommst du? Oh, du kommst schon wieder. Hi. Ähm, ich brauche irgendwas, um sie nur kurz stillzulegen. Gib der Frosa diese Blume. Und sie befreit deinen Kumpel. Hellebohr. Alles klar. Okay, also ich gebe ihr einfach diese Blume. Und dann wird sie wieder cool werden. Klingt nach einem Deal. Da muss ich meinen kleinen Popelkumpel Lars mal wieder rausholen. Auf Wiedersehen. Ciao, Gabriel, Ralf. Danke dir. Mann, er macht immer diese Tür so schnell zu, ne? Junge, diese Blumen, die sprechen einfach auch, gell? Komischster Ort überhaupt. Okay, jetzt müssen wir nur mit dieser Blume wieder zurück zu dieser Frau. Und dann können wir schauen, ob wir vielleicht schneller da den Lars wieder befreien können. Ein paar Meter noch, dann habe ich's. Dann habe ich's. Dann habe ich's. Okay, ich stecke jetzt einfach diese Blume einfach unter die Nase. Und dann mache ich das. Und dann mache ich das. Oh Gott, dieses Monster da unten ist so heftig groß. Hey, Frosa. Hi. Oh Mann, Lars kann immer noch nicht reden. Ähm, hey. Hi. Guck mal, das hier ist die Hellebore. Bitte schön. Guck mal, was das für eine schöne Blume ist. Du magst doch Blumen, oder? Hellebore. Uuh, schon wieder diese Hexe. Ja, genau. Und für dich habe ich eine wunderschöne Hellebore mitgebracht, die dein Herz wieder erwärmen sollte, damit du meinen Kumpel endlich da wieder rauslässt. Du willst unbedingt auch vereist. Oh, was rieche ich da? Ja, genau. Was riechst du denn da? Es ist eine Hellebore. Die soll dein Herz wieder erwärmen, damit du meinen Kumpel aus dem Eisgefängnis wieder rauslässt. Weil ich kann nämlich nicht zaubern. Ich kann eigentlich gar nichts. Eine Hellebore. Mein Herz geht auf. Ja, genau. Das ist das, was ich eigentlich vorhatte. Kannst du meinen Kumpel da draußen, da drinnen wieder rausholen aus dem Eisgefängnis? Das wäre vielleicht ganz cool, weißt du? Weil wir wollten nämlich gemeinsam eigentlich keine Hexe mehr sein. Wie konnte ich nur deinen Freund einfrieren? Mein Herz war so kalt. Es gehen Gläser kaputt. Oh Mann, was war das denn jetzt? Ah, lass. Warum in drei Töfeln? Komm da schnell raus, komm da schnell raus. Komm schnell raus. Das ist so kalt. Digga, halt da. Du warst komplett eingefroren. Ich erfülle euch jeden Wunsch. Ich bin erstmal fertig für heute. Okay. Das ist schon in Ordnung. Der Wunsch ist schon in Ordnung. Wir sehen uns später. Es ist so kalt. Ich brauche jetzt einen Kakao oder sowas. Oh Gott, wir brauchen echt einen Kakao. Leute, Leute, Leute. Wir müssen jetzt wieder irgendwie nach Hause. Komm, wir müssen schnell. Hey, da sind wir wieder. Es ist vorbei. Junge, es ist vorbei. Wir sind keine Hexen mehr. Boah, ich muss jetzt erstmal richtig dringend auf Toilette. Ja, Mann. Oh, das Piano spielt und wir sind glücklich. Okay, ich würde mal sagen, das war es jetzt erstmal für die Hexen. Wir werden uns einfach morgen einen anderen Job suchen. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Falls ja, lass einen Daumen nach oben da. Das war echt eine Menge Arbeit. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn wir uns wieder sehen. Versteht ihr, wie ich meine? Wir sehen uns, wenn wir uns sehen. Und wenn wir uns sehen. Last bis aufs Klo. Fertig. Ah, okay. Haut rein, Leute. Tschüss. Und ciao.